Ich weiß nicht, ob ich gratulieren darf nach so einem Spiel oder nach so einem Tag. Das Meister-Playoff hat man zwar fixiert, aber leider 1-3 verloren. Wie sind deine Gefühle? Ja, die Enttäuschung überwiegt natürlich, das ist ganz klar nach dem Spiel. Das ist ein netter Beigeschmack, dass wir es geschafft haben. Ich bin froh, dass jetzt endlich die Frage weg ist, ob wir es schaffen oder nicht. Vielleicht können wir dann befreit aufspielen und da ist ein gewisser Leistungsdruck weg. Keine Ahnung, aber wir haben es heute leider nicht geschafft, den Letzten in der Meisterschaft zu schlagen, weil wir einfach viel zu einfache Fehler gemacht haben, die dann zu den Toren geführt haben. Wenn wir nach oben oder dorthin wollen, wo wir uns auch sehen, dann müssen wir einfach die Fehler abstellen, sonst wird das schwierig. Warum hat das gegen den Gegner nicht geklappt? Du hast gesagt, das ist das Schlusslicht. Hat man sich schwerer einstellen können als da vielleicht durch den neuen Trainer? Ja, das haben wir letztendlich so erwartet. Wir haben einfach das, ich weiß nicht, in dritten Minuten 1-0, der spielt auf der Outlinie uns aus. Das darf einfach nicht passieren. Und dann schießen wir eh 1-1. Dann hätten wir eigentlich das Gefühl gehabt, wir waren gut in die Pressbillern, eigentlich alle wir gewonnen, haben uns reingehaut. Die Mannschaft hat eigentlich schon gezeigt, dass sie will und eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir das 2-1 schießen werden. Und dann kriegen wir wieder eine Standard-Situation, wo wir uns einfach zu naiv anstellen, den Kopfball nicht gewinnen auf der 2. Und dann drin involviert, so ein Kuddelmuddel. Ja, das ist einfach dann nicht konsequent genug. Und das müssen wir ja abstellen, wenn wir endlich im Meisterplayoff uns für den internationalen Wettbewerb qualifizieren wollen. Die spielerische Vorgabe, was war genau, als habt ihr heute viel über hohe Bälle dann nach vorne gespielt, war es nicht anders zu knacken? Jetzt sage ich einmal, die haben da mit einer Fünferketten gespielt, dass man da durchkommt oder? Ja, da haben Sie recht, da müssen wir, wir haben es vielleicht verabsäumt, über die spielerische Komponente zu kommen, haben den einen oder anderen hohen Ball zu viel geschossen. Aber das ist eben genau das, wenn du so einfach einen Fehler machst, dann kommst du in den Rückstand und dann muss der Gegner nicht aufmachen und kann sich hinten reinstellen. Und dann wird es immer schwieriger. Wenn wir die einfachen Fehler abstellen können, dann wird der Charakter vom Spiel ganz anderer. Dann gehen wir vielleicht in Führung oder es steht länger 0-0 und der Gegner muss auch vielleicht einmal das Heft in die Hand nehmen oder zumindest probieren. Und dann kommen automatisch mehr Räume. Aber wenn wir den Gegner einladen, eben in Führung zu gehen, dann wird der Charakter des Spiels immer so sein, dass sie sich dann hinten aufstellen können und dass es dann einfach weniger Räume gibt und das Spiel einfach viel schwieriger wird von uns. Das ist einfach so. Am zweiten Tag spielt eh jeder schon gegen uns auf Fünferkette, dann wird es natürlich noch schwieriger. Wie wird es jetzt im letzten Spiel gegen Sturm? Auf was kommt es da? Muss man sich da schon einstellen, jetzt dann auf Meisterrunde? Muss man da dagegen holen? Ich weiß gar nicht heute, was ich sagen soll. Wir sagen immer vom Spiel heute. Ich habe wirklich keine Antwort auf die Frage, was wir jetzt nächste Woche machen. Ich muss es einmal sacken lassen heute und eine Nacht drüber schlafen. Hat man den Gegner vielleicht unterschätzt? Mein Alltag hat ja extrem kampfstark gespielt. Hat man das Gefühl gehabt, dass außerdem immer die bessere Antwort gehabt hat. Was gehabt hat am Schluss? Nein, die Antwort. Die richtige Antwort auf das Kampf bei dann das Spiel gehabt hat. Ich würde es jetzt nicht so sehen, weil man am Anfang hernimmt, die ganzen Pressbälle, wo man reingrutscht, die waren eigentlich alle auf unserer Seite. Wir haben einfach, ja, ich habe es ja gerade vorher erklärt. Das müsste mich jetzt wieder wiederholen. Wie sagt man sich eigentlich aus diesem letzten Spiel, wo man das V2 gewonnen hat und dann mit zehn Leuten und sowas, da hätten wir vielleicht, muss ich sagen, dass man das Selbstvertrauen ein bisschen größer ist oder sowas. Du sagst, das sind leichte Fehler und sowas. Wie hängt das nicht damit zusammen, solche Unkonzentriertheiten, dass man vielleicht mehr mit sich selber hadert? Ja, wie immer sage ich doch, dass man jetzt, dass uns der Sieg auch schon gibt natürlich. Wenn man Unterzahl da gewinnt, dann haben wir doch das Selbstvertrauen gepasst. Das hat, glaube ich, auch gestimmt. Das weiß ich jetzt nicht. Fehlendes Selbstvertrauen schuld an eine Niederlage. Ich habe es jetzt eh in jedem Frage genau erklärt, warum es heute so gekommen ist. Und ja, ich kann jetzt die Antwort nicht mehr ändern. Du hast doch gesagt, das ist mit der einzigen Meistergruppe eine neue Saison. Ist das sowas, was man jetzt… Ja, dass endlich einmal die Frage weg ist, ist doch ein gewisser Druck. Jeder, wenn man irgendwo, keine Ahnung, ein soziales Netzwerk irgendwo aufschlagt, steht nur, wer kommt in die Meisterrunde und wer nicht. Und das kann man eigentlich gar nicht, wenn man es halt lesen will. Es steht immer am Display und irgendwie jeder spricht die darauf an. Und jetzt ist die Frage endlich einmal geklärt. Das ist das einzige Positive, was wir heute mitnehmen können, aber die Art und Weise muss auf jeden Fall schon besser werden.